Musik Wunderschöne Rosen werden heute verschenkt an die treue Kunden. Was ist der Grund dafür? Wir wollen uns ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie uns trotzdem treu geblieben sind, auch durch den Straßenbau und dass jetzt die Straßen wieder eröffnet sind. Und ja, deswegen möchten wir uns einfach herzlich bedanken. Dankeschön. Rewe-Rindler in Rheiningen, Hauptstraße 103. Öffnungszeiten täglich von 7 Uhr bis 22 Uhr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017